Willkommen, ich zeige Ihnen heute das Produkt Evita von der Firma Coinor hier in der Kombination von zwei Sofas. Ein Sofa mit Vollfunktion und ein Sofa ohne diese Vollfunktion. Nun, was sind die Vorteile dieser Gantur für Sie? Erstens, ganz klar, Sie haben eine ganz tolle Ergonomie. Sie haben hier vier Knöpfe, wenn Sie auf den richtigen drücken, jetzt drücke ich mal beide gleichzeitig, gehen Sie nach hinten und die Fußstütze kommt raus. So, jetzt können Sie hier das noch vorziehen und haben eine unheimliche Bequemlichkeit. Was wollen Sie mehr? Also ergonomisch ist diese Gantur, die Evita, absolut sinnvoll. Erstens durch die Liegefunktion und zweitens auch ohne Liegefunktion, wie beim zweiten Sofa, durch einen relativ festen und kurzen Sitz. Sie sehen es hier, ich sitze ergonomisch, sinnvoll, relativ aufrecht. Durch dieses Rückenkissen kann ich auch noch den Kopf anlehnen. Das zweite ist das schöne Design, bodenfrei, eine wunderschöne, leicht geschwungene Form. Was Besonderes, was Ästhetisches, was Feines. Und das dritte ist natürlich das tolle Leder mit tollen Gebrauchseigenschaften. Ein Tara-Leder, Semi-Anilin-Leder mit einer Imprägnierung, sodass Sie auch mit Kindern und Männern hier lange Freude dran haben. Dieses Schnäppchen besteht aus diesen zwei Sofas. Ein tolles Stück, welches ganz frisch bei uns reingekommen ist und sicherlich nicht lange bleiben wird, weil es halt was Besonderes ist. Natürlich kostet es etwas mehr, aber zu diesem Schnäppchenpreis ist es wirklich eine tolle Anschaffung für Sie. Wollen Sie es haben? Dann machen Sie Klick! Vielen Dank, Ihr Lutz Reinhardt.